Hallo, in diesem Video möchte ich die Follow-Funktion im Bereich des Compilers erklären. Das wird häufig benutzt beim LR-Scanning. Ich weiß nicht, warum die Stimme hochgeht. Und ganz wichtig für dieses Video, wir reden hier ohne Epsilon. Mit Epsilon wird nochmal ein bisschen Regelwerk dazu gemacht, wird ein bisschen komplizierter, auch die Denkweise ist ein bisschen komplizierter. Deswegen jetzt erstmal die Lite-Version. Und wann braucht man diese Follow-Funktion eigentlich? Ich habe sie gebraucht, um LR-Scanning zu verstehen, um sehr detaillierte Vorgänge im LR-Scanning zu verstehen. Aber gut, genug der Worte, wir wollen direkt loslegen. Das hier sind unsere Regeln, die sollten einigermaßen bekannt sein. Alle großen Buchstaben, ich weiß nicht, wie man diese nennt auf Deutsch, die sind so eine Art Variablen und I ist das, was tatsächlicher Input sein kann. Das heißt, wir könnten zum Beispiel mit diesen Regeln den folgenden Input, die folgende Eingabe bearbeiten, und zwar das hier. Also I ist ein echtes Symbol. Ich mache das wieder weg hier. Ich weise kurz darauf hin. A ist übrigens hier und da oben. Und wir wissen hier, das ist ein Oder. Das heißt, entweder kommt das hier oder das hier. Unsicherheitshalber, wir wissen natürlich, dass das, was auf der rechten Seite steht, durch das auf der linken Seite ersetzt werden kann. Oder reduziert, wie man auch sagt. Bevor wir jetzt zur Follow-Funktion kommen, möchte ich erstmal zur First-Funktion kommen. Deswegen, ich habe das mal so vorbereitet. Das soll nicht so langatmig werden. Wir fangen an hier unten, weil es am einfachsten ist. First E sollte klar sein, ist die Klammer auf und das I. Warum? Weil E, wir gucken uns an bei First E. E suchen wir auf der linken Seite, steht hier unten. Was sind die ersten Zeichen hier auf der rechten Seite, die da kommen könnten? Oder man kann es auch anders sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Eingabe haben, die irgendwie so lautet. Ich mache mal so. I plus I, Klammer zu. Und wir lesen jetzt das erste Symbol hier. Das ist eine Klammer auf. Dann wissen wir, ach guck mal, First, Klammer auf, war ja hier bei E drin. Also haben wir auf jeden Fall entweder, wahrscheinlich ein E. Oder ist ja auch hier bei C drin, wie wir gerade sehen. Könnte auch ein C sein. Und ist auch bei A drin, könnte also auch ein A sein. Aber ein B und ein D ist es nicht. Ich, das ist eigentlich unnötig, dass ich es in diesem Video erkläre. Aber gut, ich habe es gemacht. Okay, wir wollen uns nicht länger damit aufhalten. Ihr solltet es wissen. Wenn nicht, im Zweifelsfall, fragt es in den Kommentaren. Oder es gibt Videos dazu. Okay, wir wollen zu Follow kommen. Wir haben uns First genug angeguckt. Follow funktioniert wie folgt. Und zwar gucken wir uns an, was als nächstes kommt. Aber ich möchte euch das Regelwerk nicht vorenthalten. Das steht hier oben. Ich werde es nicht benutzen. Ich hasse das Regelwerk. Ich finde es sehr unintuitiv. Und ich möchte dazu sagen, es ist nicht vollständig. Es fällt eine Regel 3. Und die Regel 1 ist nicht ganz vollständig, weil wir kein Epsilon hier haben. Wenn ihr Interesse habt, guckt euch das Video zum Epsilon an. Da stehen die anderen Regeln drin. Also, ich werde das nicht benutzen. Ich lasse es mal für euch stehen. Ihr könnt es damit nachprüfen. Okay, wir gucken uns an, was als nächstes kommt. Wir gucken Follow A. A steht hier. Wir gucken uns an, was kommt als nächstes Zeichen nach A. Und wir stellen fest, auf jeden Fall schon mal eine Klammer zu. Und was kommt noch als A? Jetzt ist was ganz Wichtiges noch da. Hatte ich auch schon mal eine vorigen Video. Es gibt nämlich noch einen technischen Zustand. Der sieht so aus. Dollar steht, wie auch in den vorigen Videos, für sowas wie End of File. Also, die Eingabe ist zu Ende. Warum brauchen wir das? Wir wissen, als ungeschriebene Regel, die erste Regel, die hier oben steht, ist die Regel für den Startzustand. Wir starten also mit einem A. Und entsprechend müssen wir das hier quasi nochmal sagen. Oder sicherheitshalber schreiben wir das hin. Wir sagen, wenn ein A kommt, wenn ein A kam und danach kommt nichts mehr, dann ist die Eingabe angenommen. Aber auch das sollte hoffentlich klar sein. Wenn nicht, im Zweifelsfall fragt es nochmal in den Kommentaren. Okay. Warum brauchen wir diesen Zustand? Weil wir nur dadurch, dass wir erkennen, dass nach dem A ja noch ein Dollar kommt. Und nur dadurch können wir unsere Menge hier auf der rechten Seite, unsere Follow-Menge, vollständig machen. Und kurzer Spoiler, es sind nur diese zwei Zeichen. Okay. Wir gehen weiter. Wir gucken uns mal kurz B an. Wir überspringen es gleich. Wir gucken uns B an. Hier, es ist hier. Und wir gucken, was kommt als nächstes? Irgendwie nix. Was kommt hier? Irgendwie nix. Wir, es ist, ja, komisch. Deswegen lassen wir das erstmal. Wir gucken uns lieber erstmal C an. So. Nach C. Was kommt denn nach C? Nach C kommt B. In beiden Fällen hier, nach C kommt B. Und wenn wir das jetzt uns als Eingabe vorstellen, dann heißt das, wenn wir hier ein C hatten und hier ein B haben, hier kann ja irgendwas sein. Ich mach mal, es stimmt nicht, aber ich mach mal ganz viele Is rein. Und hier, es stimmt auch nicht, aber ich mach mal ganz viele As rein. Sagen wir, die könnten mit B ersetzt werden und die Is könnten mit C ersetzt werden. Wir wollen ja jetzt rausfinden, was kommt nach C, B. Aber B ist ja jetzt kein richtiges Zeichen und hier kommen ja keine Variablen, sondern nur Zeichen rein. Also gucken wir uns an, was denn hier kommt. Und dann sehen wir, dass, in dem Fall jetzt A, ja, das First von B. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses hier, Follow von C, ist also First von B. Und das ist ganz einfach ein Plus. So, ich hoffe, das ist rübergekommen. Wenn nicht, fragt es in den Kommentaren. Und auch in D, in dem Fall für Follow D, haben wir dasselbe Problem, danach kommt nichts, keine Ahnung. Deswegen überspringen wir das auch. Wir gucken uns E an, ist viel einfacher. Was kommt nach E? Wir haben wieder denselben Fall, es kommt D danach. Genauso eben wie mit C. Allgemein, ganz einfach gesagt, wenn nach dem Zeichen hier, nochmal so ein variables Ding kommt, dann nimm einfach First von diesem variablen Ding. Und genau das machen wir jetzt bei E. First von D. Was ist das? Unsere Multiplikation. Da war ein, da ist schon wieder ein Schmatzer drauf. Okay, jetzt kommen wir zu B. Wir gucken uns B nochmal an. Ich werde ein bisschen seriöser von der Stimme her. Was ist das denn mit B? Was heißt das denn? Wir gucken uns doch mal hier diese Umformungsregel an. Und zwar heißt es, CB kann umgeformt werden in A. Und uns interessiert, was nach B kommt. Wenn das jetzt umgeformt werden kann, heißt das, dass uns also interessiert, was nach A kommen kann. Ist das klar? Also kam das rüber? Wir könnten das auch mal so als Box darstellen. weil, Entschuldigung, da muss natürlich erst mal C hin und dann B. Wir könnten, ich weiß nicht, ob das mathematisch richtig ist, C und B sind ja quasi gleich mit A. Sind ja ersetzbar dadurch. Und uns interessiert, was nach B kommt. Und das ist dann definitionsmäßig auch das, was nach A kommt. Okay, wenn das nicht rüberkam, das ist nämlich genau hier die zweite Regel. Wenn das nicht rüberkam, dann schreibt es in die Kommentare. Entsprechend, wie gesagt, Follow A interessiert uns also. So, so, okay. Und das Ganze machen wir auch nochmal für diese Regel hier unten zur Sicherheit. Plus C, B könnte ersetzt werden durch B. Also, wir arbeiten mit Mengen, deswegen haben wir das hier. kommt auch noch Follow B mit rein. Jetzt erkennen wir, das ist ja hier eine Rekursion. Geht das? Ist das mathematisch erlaubt? Ist mir relativ egal. Ich weiß nicht, ob das mathematisch in Ordnung ist. Für unser Endergebnis stellen wir fest, dass das eigentlich wieder egal ist. Und uns interessiert nur alles das, was nicht hier vorne steht. Also, Follow. Wieder lange Rede, kurzer Sinn. Follow B interessiert uns nicht. Wir gucken in Follow A rein. Und das ist die Klammer zu und unser Dollarzeichen. Okay, ich hoffe, das war nicht zu schnell. Wir machen dasselbe, nochmal mit D. Selbes Spiel, E und D, kann ja durch C ersetzt werden. Also gucken wir uns an, was könnte denn nach C kommen. Nach C kommt natürlich Follow C. Und wir sind aber noch nicht fertig, denn D kommt auch hier unten. Wir gucken uns an, was kann nach D kommen. Sternchen E, D, kann durch D ersetzt werden. Also, selbes Spiel wie oben auch. Follow D. Und, selbes Spiel wie oben auch. Wir ignorieren Follow D, weil es ja hier vorne schon steht. Wir wollen keine Rekursion haben. Wir gucken uns an. Follow C ist Pluszeichen Fertig. Und das war es auch schon. Ganz einfach. Ich hoffe, es hat geholfen. Kommentare, Fragen, Anmerkungen in die Kommentare. Auf jeden Fall Videobeschreibungen lesen, falls ich irgendwelche Fehler finde oder ihr. Dann werden die Korrekturen dazu in der Videobeschreibung stehen. Ansonsten vielen Dank fürs Schauen.